Es ist Zeit, gehen wir's an! Zwei Jahre nach seinem Rücktritt arbeitet sich der Kinofilm Projekt Ballhausplatz an Altkanzler Sebastian Kurz ab. Er zeichnet mangels Gegenrede das einseitige Bild eines gefährlichen Antidemokraten. Das ist aber genau seine Chance. Ein ganz anderes Bild zeichnet ein weiterer Film, der aktuell mit großer Spannung erwartet wird. Hauptakteur ist auch hier Sebastian Kurz. Der Unterschied zum Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein. Im Gegensatz zu der Doku kommt nicht nur Kurt selbst ausführlich zu Wort. Es sind auch viele andere Wegbegleiter zu sehen, aber auch Gegner und Hollywoodstars wie etwa Arnold Schwarzenegger. Zusammenfassend kann gesagt werden, es ist ein Film aus Sicht der ÖVP. Regie führt Sascha Köln-Reitner, der unter anderem durch die Dokumentation Mythos Kitzbühel Bekanntheit erlangt hat. Die Filmemacher versprechen einen, Zitat, unvergleichlichen Einblick in das Leben und die Karriere des ehemaligen Bundeskanzlers und nunmehrigen Unternehmers. Ein erster Trailer ist bereits veröffentlicht worden. Die Basis für den Film bilden Interviews aus verschiedensten Perspektiven. Da wären auf der einen Seite bekannte Kurzunterstützer aus der Volkspartei, wie etwa die enge Wegbegleiterin und Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel und Ex-Vizekanzler Michael Spindelecker, der als Kurzentdecker gilt. Ebenso mit dabei der frühere Nationalratspräsident Andreas Kohl. Die Gegenseite des politischen Spektrums ist nicht weniger prominent bestückt. So ist Ex-Kanzler Christian Kern im Film zu sehen, der sich mit Kurz im Nationalratswahlkampf 2017 ein erbittertes Duell um den ersten Platz geliefert hat. Schmutzkübel-Kampagnen inklusive, bekanntlich mit einem besseren Ende für Kurz, was wiederum die politische Karriere Kerns beendet hat. Auch zu sehen, der frühere NEOS-Chef Matthias Strolz, derzeit als Musiker auffällig, und NEOS-Abgeordnete Stefanie Krisper, die Kurz noch aus gemeinsamen Stunden im U-Ausschuss kennt. Wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss steht der Ex-Kanzler bekanntlich noch im Oktober vor Gericht. Ebenso nicht fehlen dürfen kritische politische Beobachter, wie etwa der Investigativjournalist Michael Nikbaksch. Die womöglich aber größte Überraschung, selbst Arnold Schwarzenegger tritt in der Dokumentation vor die Kamera, ein Hauch von Hollywood. Inhaltlich geht es um die Höhen und Tiefen eines politischen Lebens, heißt es in einer Vorabmeldung. Bis Kurz gelungen ist, sich als aufstrebender Jungpolitiker zu etablieren und mit 31 Jahren der bisher jüngste Bundeskanzler in der Geschichte der Zweiten Republik zu werden. Ebenso widmet sich der Film aber dem Fall von Sebastian Kurz, von den Ermittlungen bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2021. Der Film Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein, der wurde übrigens vom ORF mitfinanziert. Kurz, der Film aber nicht. Wer soll Ihnen glauben, dass das alles nur erfunden ist? Wir zeigen damit auch, dass Politik Spaß machen darf. Wir sehen uns beim nächsten Mal.